Kommen wir zur nächsten Story-Arc in der Comic-Reihe Knights of the Old Republic und das sind die Ausgaben 29 und 30 mit dem Titel Exalted und erneut mit den deutschen Titeln, das hier wurde mitveröffentlicht unter dem Übertitel Wiedergutmachung. Wiedergutmachung. Wiedergutmachung ist eigentlich der Titel von der Story-Arc Vindication und das sind die Ausgaben 32 bis 35 und jetzt diese Ausgaben hier zählen mit dazu im Deutschen, weil es ist schwachsinnig, es sind verschiedene Story-Arcs und deswegen rede ich jetzt einzeln drüber. Also, diese zwei Ausgaben Exalted, worum geht es? Wir machen quasi direkt da weiter, wo Vector aufgehört hat. Am Ende von Vector hat Zane Carrick von der Jedi Celeste Morn einen Schlüssel bekommen, der zu einer Schatzkammer führt, wo dieser geheime Jedi-Bund allerlei Sith-Artefakte aufbewahrt und sicherstellt und mit Hilfe von Griff und Jaryl verschafft sich Zane Zugang zu dieser geheimen Schatzkammer auf diesem Planeten. Selbstverständlich geht sehr schnell wieder alles schief und Zane und Griff werden von den Einheimischen gefangen genommen und die rufen dann einen der bösen Jedi-Meister des geheimen Bundes, Feln, und der taucht dann dort auf. Und es kommt zum Kampf zwischen ihm und Zane, wobei Feln eine Sprengladung zündet, die das Sith-Lager zerstört, gleichzeitig aber auch das Dorf und die Einheimischen wenden sich daraufhin gegen ihn und töten den Jedi-Meister. Doch es gibt eine glückliche Wendung für Zane, denn nicht alle Sith-Artefakte wurden zerstört, denn die Mumo-Brüder, die immer noch mit der Bande hier rumhängen, konnten vorher einige Artefakte aus der Schatzkammer stehlen. Das ist die Zane Carrick-Storyline. Was unsere Bösewichte angeht, Lucian, Drey und die anderen, die wenigen überlebenden Mitglieder dieses geheimen Jedi-Bundes, es wurden ja jetzt schon einige langsam getötet im Laufe der Reihe. Und die überlebenden Meister haben Felns Tod gespürt und sie sind nach wie vor davon überzeugt, dass Zane Carrick der zukünftige Sith ist, den sie in ihrer Vision gesehen haben. Und dass er Unheil über die Galaxis bringt und jetzt die anderen Meister abschlachtet, obwohl er das nicht tut und sogar versucht, ihr Leben zu retten, stellenweise. Lucian, Drey hat jetzt einen Admiral der republikanischen Flotte, den wir schon kennen, Careth, davon überzeugt, dass Zane Carrick einen Angriff auf Coruscant starten wird für die Mandalorianer, weil Admiral Careth hat schon seit längerem jetzt geglaubt, dass Zane Carrick auf Seiten der Mandalorianer steht und Lucian schickt jetzt einen weiteren Meister zur Flotte, um sicherzugehen, dass Zane stirbt, sobald er nach Coruscant kommt, nämlich Xamar. Was hier interessant ist, die zwei vorigen Mitglieder des Jedi-Bundes, die getötet wurden, die Togruta-Yedi und jetzt eben dieser Feln, waren eher aggressivere Bastarde, würde ich sie nennen. Xamar hatte auch dieselbe Vision wie die anderen und er hatte damals auch gesehen, wie er selbst in einem Raumkampf stirbte, wie er von der republikanischen Flotte getötet wird. Und im Gegensatz zu den anderen Meistern ist er zwiegespalten, was die Vision angeht und ihr Handeln, dass sie ihre Padawane abgeschlachtet haben. Das macht ihn hier zu einem sehr interessanten Charakter und das führt dann noch zu einigen Entwicklungen in den nächsten Ausgaben. Aber dazu komme ich noch. Also insgesamt, wir nähern uns dem großen Finale. Und das ist wichtig zu sagen, denn als ich die Reihe das erste Mal gelesen habe, es waren 50 Einzelausgaben und wir sind jetzt bei Ausgaben 29, 30 mit dieser Story-Arc. Und wirklich, es führt alles schon direkt ins Finale rein, denn mit Ausgabe Nummer 35 ist diese Storyline rund um die Mitglieder des geheimen Jedi-Bundes gelöst. Und davon war ich beim ersten Mal lesen überrascht, weil ich dachte, das ist die große Storyline für alle 50 Ausgaben. Aber nein, wir kommen tatsächlich bald schon zum Ende. Und das nächste Mal rede ich dann über Ausgabe 31, Turnabout.